Jemand? Nein? Okay. Dann weiß der nicht, um was es geht. Doch, so gemein sind wir auch nicht. Ich habe eine Übersetzung vorbereitet und Mischa, der wollte eigentlich immer, der sagt, nein, 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 ich lese das vor, ich lese das vor. Genau, die Übersetzung ist auf Russisch, von Russisch auf Russisch, genau. Für Spaß, nein, die Übersetzung ist auf Englisch und Mischa will sehr gerne das vorlesen. Für Spaß mit Melancholia Zweidermann. Die Übersetzung ist bei Eugenia Sargisanski, das ist richtig, sehr wenn, eine schöne Übersetzung. A wise and simple life I learned to live. I pray to God in quiet meditation. I take long wanderings before the eve To weary the unneeded angst and tension With bardock rustling and the rowen red And yellow berries gradually fading I form the joyous verses in my head That speak of life, its beauty And its frailty I am returning To my sweet delight My fuzzy cat rubs on my fingers Herring And through the duskiness A shiny light Atop the lumber mill Is gaily burning Just every now and then A landing stork Disturbs the silence With a sudden crow And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door It seems to me I wouldn't even know And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door And if you came to knock upon my door Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020